Bona Sera, Bona Sera, Bona Sera. Meine Schalker Freunde, YouTube-Freunde und Sportkameraden des Fußballs. Schön, dass ihr in meinem Livestream heute dabei seid. Glück auf. Erstmal grüßen wir mal. Jetzt kann ich noch grüßen. Es sind noch nicht so viele drin. Glück auf, Faden. Glück auf, Matthias. Glück auf, Eslo 4. Louis. Hi. Der Schalker Junge ist auch da. Glück auf. Fabian04, guten Abend. David B., guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. René, mein Freund, wie geht's dir, altes Haus? Alles gut bei dir? Dir auch schon mal schöne Ostern, mein Freund. Guten Abend ins Rund von Wolfgang Hanswurst, auch dabei. Schön, dass ihr alle eingeschaltet seid. Ja, heute haben wir viel zu bereden, viel zu bereden. Wie sagt man? Schalke wird nie langweilig. Auf Schalke wird nie langweilig. Da hast du die Länderspielpause und denkst du, vielleicht erst mal Ruhe. Und da kommt die erste Schlagzeile. Stunden später die nächste Schlagzeile. Ey, Böllermann, 1904, schön, dass du dabei bist. Moin, moin. Guten Abend, ne? Ja. Katastrophenverein, nein, Heinz Wurst, nein, wir sind kein Katastrophenverein. Sag sowas nicht mehr über Schalke, bitte. Das ist typisch Schalke. Xin, Salam, guten Abend. Kara, Markus, schön, dass ihr auch dabei seid. Bei uns auf Schalke ist das normal. War ein bisschen ruhig die Lage und dann bam, 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 bam. Doch, nein, nein, nein. Ich sag, es ist kein Katastrophenverein. Es gibt andere Vereine, die sind Katastrophen, aber bei uns ist das nie langweilig. Überleg mal, du hättest, du, jetzt überleg mal Schalke wie wir, wie VfL Wolfsburg. Da hättest du doch gar keinen Spaß, oder? Wäre doch langweilig, oder nicht? Das wäre doch langweilig, wenn Schalke wie Wolfsburg wäre, oder? Francesco, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest. Da muss ich jetzt hier, einmal Marco. Francesco, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, nicht Schalke-Fans sein, würdest du es unterschreiben? Nein, ich unterschreibe nix. Ich bleib Schalker für immer und ewig. Niemals, ich bleib Schalker. Ob wir absteigen oder runtergehen, Insolvenz, und wir fangen von ganz neu an, bleib ich mein Club treu. Grüß dich, Francesco aus Essen. Kubel, schön, dass du da bist. Nabeln, bei euch brecht nicht mal Ted Lassero rein, nein. Hans Wurst, ich seh doch ausschaut aus wie 100. Schalke macht ein Alt. Liebe Grüße, Francesco, Glück auf. Und blau-weiße Grüße aus Duisburg. Hi, GE194. Ein richtiger Fan bleibt ein Fan. Und so sieht es aus. Ein wenig Dramatik wäre besser. Ja, aber ohne Dramatik kann Schalke nicht. Kann Schalke nicht. Was war das? Pass auf, Böllermann, Kollege. Tod langweilig. Einfach die Schale zu gewinnen, 67 Jahre nicht zu gewinnen, das ist eine Leistung. Überleg mal, wie lange wir keine Meisterschaft gewonnen haben und haben die drittmeisten Mitglieder in Deutschland. Das ist traurig für die Vereine, die oft Meister werden oder irgendwas traurig. Wir sind einfach ein geiler Verein. Was tippst du für Karlsruhe? Kommen wir später drauf. Marco sagt, aber mal ehrlich, der Verein verursacht nur Frust und verkürzt das Leben. Auch ich als Schalke würde gerne darauf verzichten, wenn ich noch als Kind entscheiden könnte. Klar, dass wir versuchen, dass wir nicht zu viel Mist über unseren Verein hören. Aber wir können uns das auch nicht suchen. Das ist es ja. Man kann das doch nicht vorher wissen. Ob ich verruste oder verkalke, wir bleiben immer noch auf Schalke. Ob ich erlahme und ergraue, ich liebe Königsblau. Lele, top. Ja, ich kann nur sagen, wir lieben einfach den Verein so, wie er ist. So, wie er ist. Klar, dass wir gerne von da unten rauskommen wollen. Klar, dass wir andere Führungskräfte da oben hätten, die den Verein besser führen würden. Aber das weiß man ja nicht im Vorfeld. Ansonsten, ich würde mir einen Trainer besorgen, wenn ich wüsste, der wird mit dem jedes Mal Meister. Ich würde mir einen Sportdirektor oder einen Manager oder einen im Aufsichtsrat holen, wo ich wüsste, wir spielen immer Champions League, gewinnen immer Titel. Aber man kann sich jetzt nicht aussuchen. Das ist ja das Schönste. Kennt ihr das? Kinderüberraschung? Du schüttelst und dann freust du dich. Boah, was ist denn heute? Entweder so. Oder boah. So ist Schalke. Ja, kommen wir zum ersten Thema. Unser erster Thema. Fangen wir an. Warte, ich muss das erste Mal hier. Schauen wir mal. Warte, ich muss einmal. So, unser erster Thema. Baumgartel. Das war ja, das war ja eine. So, fangen wir an mit Baumgartel und dann kommen wir zum anderen Thema. Baumgartel. Was sagt ihr dazu? Ich habe meine Umfrage gestellt auf Instagram und alle sind sich einig. Da sind wir alle, wo ist das denn hier? Okay. Da sind wir uns alle einig. Oder? Er wurde suspendiert. Er wurde suspendiert. So. Das ist, äh, das ist eine Sache, genau, Brisco, du sagst es, du sagst es, Baumgartel und Schalke ein riesen Missverständnis. Das ist, dass man so lange wartet auf eine, sag mal so, du musst ja nicht, was ich, was ich meine ist, man muss das ja nicht sagen, Suspendierung. Ich würde sagen, ich würde sagen, wegen deiner Leistung trainierst du erstmal in der U23. Und wenn du da in den Regionalligaspielen wieder zeigst, dass du wieder nach oben kommen willst, dann ja. Ja, so, weil bei uns immer, wenn du hörst, Suspendierung, könnt ihr euch noch erinnern, Bentaleb, wisst ihr noch, Bentaleb, wie viel Suspendierung hat er? Ja, drei, vier oder fünf, deswegen sag ich mal, immer, boah, raus mit ihm, er meutert erst gegen Reis und bringt keine Leistung auf den Platz. Das war ja sein Eigentum, wo er damals über Reus gesagt hat, die Taktik, hat er ja die Taktik von Reis bemängelt. Und ich gehe mal davon aus, er war, glaube ich, nicht der Einzige, der hat noch seine zwei, drei Leute auch dabei, die mit ihm drüber geredet haben. Und er hat halt mal rausgelassen, war so ein Eigentor. Und man sagt ja, bring erst Leistung, bevor du redest. Und jetzt, glaube ich, der Karel hat jetzt endlich die Schnauze voll, hat ihn beim Training beobachtet und auch seine Leistung im Freundschaftsspiel, denke ich mal. Aber dann frage ich mich immer, würde, würdet ihr, würdet ihr noch zwei, drei andere Spieler auch in die U23 schicken? Ich bin auf eure Antwort gespannt, bitte. Und bitte schreibt mir mal die Namen, welche Spieler, welche Spieler, weil der wäre für mich nicht der Einzige, der da runter geht. Eremann, Baumgartel ist so einer, der sitzt seinen Vertrag aus, wie damals Arbeitsstreit. Ne, der hat einen Vertrag und jetzt muss er spielen. Lieber Timo und behalte alles Mark Kaminski, würde ich feuer. Timo, behalte ich auf Schalke. Nein, ich würde ihn gar nicht behalten. Gegen Gütersloh wurde Baumgartel verarscht. In welcher Hinsicht? Okay, Latza, Kaminski und Moor. Latza, Kaminski, bin ich bei dir. Weil leistungsgemäß bei Kaminski, zur Zeit nur Grottenstech, gehört nicht in eine Bundesliga-Kadermannschaft. Latza, nach seiner langen Verletzung oder lange nicht gespielt, muss in der U23 spielen, um über die U23 Leistung zu bringen. Und dann bei uns, die beiden würde ich auch unterschicken. Bei Moor, der Moor kämpft aber trotzdem. Ja, wir haben ja, bei Baumgartel ist das wirklich so. Also, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo Baumgartel nach Schalke kam? Und wir den alle gefeiert haben. Ich habe den auch gefeiert. Ja, aber nicht in der Hinsicht, wir haben jetzt, ja, nein, aber was haben wir gesagt? Boah, Baumgartel, starker waren. In Stuttgart damals war der mit Kaminski bei der Aufstiegsmannschaft, das war Stuttgart, wo die aufgestiegen sind, waren sie hinten stark. Dann bei Union Berlin war der gar nicht schlecht, dann hat der PSV ein Tor für 12 Millionen gekauft, damals von Union Berlin. Dann kam seine Krankheit. Ich hoffe, dass da alles gut bleibt. Das ist auch hart. Ich habe gedacht, vielleicht, der kommt jetzt nach Schalke und kommt wieder an dieses Level, wie damals bei Stuttgart, Union Berlin. Aber das hat von hinten bis vorne absolut nicht geklappt, leider. Schade, aber was würden wir machen? Und dann über den Trainer so in der Öffentlichkeit zu reden, ihn kritisieren, obwohl du selbst schlechte Leistung spielst. Als erfahrener Spieler, da musst du wirklich aufpassen. Ja, wir dachten, wir bekämen eins da. Ja, das ist ein Missverständnis. Das ist... Ich höre immer U23 und so weiter. Hört doch auf, sagen, Mist zu erzählen. Auf welchem Platz ist denn unsere U23? Also Ende damit. Nico, jetzt mal eine Frage an dich. Diese U23-Mannschaft, die da immer spielt, jede Woche eine andere Elf auf dem Platz. Manche werden abgezogen, verletzt, dann so. Das ist ein Unterbau der Profimannschaft. Das heißt, da können sich junge, talentierte Spieler ein bisschen entwickeln. Härte, Seniorenbereich stuppern und dann gucken, ein, zwei Spieler mal rauszücken, bomb, oben reinhauen. Guck dir mal Hertha BSC Berlin an. Andere Vereine machen das auch. Und wenn ich dann höre, was willst du mit der U23? Hast du dir mal unsere Gurken gesehen, wie die spielen, Woche für Woche? So, ich kann dir sagen, sieben, acht Spieler von unserem Profikader würden in der Regionalliga-Mannschaft richtig Schwierigkeiten haben. Da könnte ich alles verwecken, was ich habe. Die würden Schwierigkeiten haben, da zu zocken. Bin ich zu tausend Prozent sicher. Hoi, Francesco, bist du bei Schalke Jugendtrainer oder anderswo? Bei Schalke bin ich kein Jugendtrainer. Woanders. Die U23 ist besser als die Zweitligermannschaft. Na ey, jetzt übertreiben wir nicht. Jetzt wollen wir nicht übertreiben, sonst gehen noch welche noch vom Fenster springen. Ey, hallo. U23 ist der Unterbau. Das heißt, nochmal, talentierte Spieler können sich da ein bisschen beweisen. Und wenn die Leistung bringen, zieht man die hoch. Glück auf und auf einen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich gehe mit dir. Unsere Profis würden bei der U23 auch verkacken. Glaubt mir, sechs, sieben Spieler würden da verkacken. Wir werden sehen mit Baumgart. Lass die mal am U23 spielen. Lass ein Kaminski U23 spielen. Lass ein Latzer U23 spielen. Die würden alle verkacken. Genau, es geht darum, die zwei, drei Top-Talente an die erste Mannschaft heranzuführen. Hi, Titus. Guck mal, der U23 hat ja letztes Mal auch eine Halbzeit gespielt in der U23. Ich würde dir nochmal ein Spiel in der U23 spielen lassen. Nochmal eine Halbzeit. Damit sie dann noch mehr näher kommen. Die arme U23 muss jetzt mit Baumgartel spielen. Ich glaube mir, hör auf meine Worte, Bolleck. Der Baumgartel wird so machen, dass er verletzt ist, damit er nicht spielt. Glaubt mir, so wird er machen. Rafinha hat vor kurzem gesagt, er will seine Karriere in Deutschland wenden. Was wäre, wäre das nächste Saison für uns? Aber wie alt ist Rafinha? Oh, der U23-Trainer darf bald gehen. Haha, Baumgartel. Boah, der arme U23-Trainer, das ist schwierig für den. Der muss da jetzt, ho, ho, wenn du so einen Stinkstiefel kriegst in der Mannschaft. Nicht, dass er da im Interview bei die U23, die zeigen ja auf YouTube hier Sport total. Da geben auch manchmal Spieler- oder Trainerinterviews. Nicht, dass er da im Interview auch den Trainer kritisiert wegen seiner Taktik. Vielleicht könnte sein, vielleicht, sage ich sie mal. Vielleicht war er der Maulwurf. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. 38, nein, der ist zu alt, zu alt, zu alt. Baumgartel ist der Anfang vom Ende von jedem Trainer. Simone Valeri, hi, wie geht's? Buona sera Francesca, contate, lo schalke, rischia, die Schände in dritte Liga, si. Rieschia, rieschia. Für Umsatz, ich bringe eine Kiste Gurken mit für Baumgartel. Der verdient keine Gurken. Der verdient keine Gurken. Der verdient Taschentücher, weil wenn einer im Interview über einen Trainer lästert wegen Taktik, immer die Taktik war nicht gut, wir können das nicht spielen. Brauchst du Taschentücher. Taschentücher, weil das ist eine Holzsuse. Mike, moin Francesco aus Hessler, moin Mike, alles fit? Deswegen sage ich ja, mindestens 11 Punkte müssen her. Innes, besser wäre alle Spiele gewinnen, aber 11 Punkte müssen her. Bis Sommer passiert noch so viel Draxler, kommt zurück. Oh Hahn, das glaube ich nicht. Er verdient eine Luftpumpe. Ja, kann man auch sagen, ne? Ja, eine Luftpumpe könnte man denen geben, aber ich würde denen lieber Taschentücher geben. So. Baumgartel AD verdient U23. Hätte eher passieren müssen, aber wir sind uns alle einig, da müssten 2, 3 mit runtergehen. Wenn es nach Leistung geht. So, haben wir Kapitel Baumgartel abgeschossen, wird nicht mehr ein Spiel für unsere Profi-Mannschermann. Baumgartel war schön. Ciao, arrivederci, man sieht sich. So. Kommen wir jetzt zu unserem Gerald Alsamore-Thema. Gerald Alsamore. Ich sage mal so. Überrascht hat mich das nicht. Hat es, wart ihr überrascht, ich möchte mal gerne eure Meinung sagen. Wart ihr überrascht, dass er am Ende der Saison gehen muss? Wenn ja, bitte mit dem Argument, warum? Ich war nicht überrascht, weil das Thema Geld sparen, es werden welche noch gehen. Da habe ich mir schon nur geahnt, jetzt zu 1000% weiß man das ja nie. Nur geahnt, dass er auch gehen müsste. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Ja, Hans Wurst, geh davon aus, der wird spielen am Samstag, am Sonntag. Das mit Asa war klar, aber wie der Thilmann darüber entscheidet. Ich weiß noch nie einmal, ob der Thilmann selbst alles entscheidet ist, entscheidet hat. Das weiß ich nicht, da sind ja noch mehrere. Der Thilmann muss das nur sagen, vielleicht was er gesagt gekriegt hat und dann muss er das auch so rüberbringen. Denke ich mal. Alleine entscheiden, glaube ich nicht. Oh, das ist dann eine Sache. Ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass Brunner physische Probleme hat und er nicht fertig wird mit der Situation. Wohl ein sensibler Typ. Das ist eine schwierige, schwierige Problematik für einen Spieler, wenn er wirklich damit nicht so gut klarkommt. Das ist, wenn er sensibel ist, ein sensibler Spieler, sag ich mal so. Wenn du wirklich sensibler Spieler bist, dann darfst du kein Profifußballer sein, meine Meinung. Ich meine mal, weil als Profifußballer verdienst du schönes Geld, bist immer im Fernsehen, musst auch mit Kritik umgehen können. Ist leider so. Du bist vielleicht auch darauf trainiert, kriegst gleich einen Trainer dazu extra, der mit Social Media umgehen kann, erzählt, was man reden muss oder nicht. Aber wenn du sehr zu sensibel bist, dann darfst du nicht auf der Fußballbühne sein. In meinen Augen darfst du nicht auf der Fußballbühne sein, weil wenn da viel Kritik auf dich zukommt, musst du das dann so hinnehmen. Ist nur meine Sache. Ansonsten wünsche ich dem Brunner, wenn das wirklich so gute, gute Besserung. Wenn man das hat, zieht man sich aber freig aus dem Profifußball zurück und zeigt etwas Ehre. Das hat mit Ehre nichts zu tun. Das ist auch viel Kopfsache. Nein, hat mich nicht überrascht mit Assa, findet die Entscheidung aber auch nachvollziehbar. Wusste ja keiner, was der überhaupt gemacht hat und dafür 300k im Jahr. Bitte erklärt mir jetzt. Ich war sehr überrascht, Gerard Asamor gehen muss. Ich auf Gerard Aschalk als Kaderplaner Arbeit kann. Ich habe auch Seele, wenn ich die Tabelle sehe. Klärt mich bitte auf. Man hat mir auch in den Kommentaren geschrieben, die Arbeit von Asamor. Welche Arbeit ist das? Lizenzabteilung Profimannschaft. Kann mir einer bitte erklären, diesen Job, den unser Gerard ausgeführt hat? Weil ich verstehe diesen Job noch immer nicht. Es tut mir leid. Ich habe es versucht, mir so im Kopf diese Arbeit vorzustellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe diese Arbeit noch immer nicht. Und deine Meinung, ich finde Asa kein Fachwissen im Bereich Transferfinanz. Nur gute Laude, Onkel, bringt uns nicht weiter. Ich kann, wir können nicht sagen, welchen Job er da betätigt hat. Ich versuche noch, diesen Job zu verstehen. Ich denke mal, er hat ja eine Manager-Management-Ausbildung betätigt beim DFL und DFB. Ich gehe mal davon aus, dass Asa sich mehr erhofft hat, auf Schalke einen vernünftigen Posten zu kriegen. Gehe ich mal davon aus, dass er mir schon gedacht hat, hier kriege ich einen Posten. Vielleicht wollte er ja wirklich Sportdirektor werden bei uns. Warum nicht? Und dann kam Wilmotz. Oder wurde in der Hechemann vorgesetzt und dann kam Wilmotz. Ich weiß ja nicht, das ist schwierig. Asa will als Manager arbeiten. Okay, bei uns, der Manager-Posten wird nicht mehr vergeben. Er war ja auch Manager der U23, so damals, wo sie den Posten gegeben haben. U23-Manager. Da habe ich mich gefragt, seit wann braucht eine zweite Mannschaft einen Manager? Ich weiß nicht, haben sie denen extra einen Job gegeben, weil Asa einfach ein geiler Typ ist. Der hat auch für Schalke immer gegeben. Er lebt Schalke wie kaum ein anderer. Und dem wollten sie jetzt was Gutes geben. Keine Ahnung. Das ist komisch. Und dann der Job als Lizenzspieler. Weiß ich nicht. Kann mir einer jetzt den Job bitte erklären? Ja, ich sage es, ich habe ja auch in meinem Video gesagt, den ich mal gemacht habe, er soll lieber woanders Sportdirektor werden oder was weiß ich was. Erfahrung sammeln, ein paar Jahre und dann wiederkommen. Hier, Kiki schreibt das auch. Er soll erst einmal Erfahrung sammeln, richtig. Über Asa jetzt zu sporten finde ich aber auch, bis ich arm sehe, ich spotte hier nicht über Asa. Asa bleibt Schalke, ist Schalke, ein Blau-Weißer. Aber ich frage mich noch immer, welche Ausübung des Jobs er hatte. Wo ist das jetzt? Mich lustig machen, weil ihr sollt mir doch erklären. Ich verstehe diesen Job noch immer nicht. Wenn ich einen Job kriege, oder sagen wir mal so, Karel, nimmst du als Co-Co-Co-Co-Trainer. Als vierten Co-Trainer. Und dann frage ich dich, für was braucht er den vierten Co-Trainer? Für was ist er zuständig? Ist das dann spotten? So, du brauchst keinen vierten Co-Trainer. Reicht ein Trainer, Co-Trainer und noch ein Trainer. Reicht, drei Mann, reicht. Ey, Asa bleibt Vereinslegende und Fett. Ich sag ja, für ihn ist das, er wollte er, wie ich verstanden habe, er will unbedingt Sportdirektor werden. So, wie ich mal gelesen habe, auch in der dritten Liga. Ey, das wäre ein super Einstand, wenn er in der dritten Liga geht. Die haben eine Perspektive, Asa macht das und holt wirklich viel Erfahrung. So kannst du Erfahrung, wenn du in einer anderen neuen Mannschaft bist, kannst du deine Ideen ausüben. Und dann kommst du wieder auf Schalke, wenn da komplett erneuert worden ist. Weil mit den Leuten, die da jetzt arbeiten, weiß ich nicht, ob das für Asa gut wäre. Weiß ich nicht. Naja, Schalke hat wenig Kohle. Es werden viele ihre Arbeitsplätze verlieren. Nicht nur Asa. Das kann auch möglich sein. Okay, er hat Unterkünfte gebucht und Trainingslager. Achso, das hat dann aber, wenn das jetzt die Arbeit gewesen ist, aber das hat doch dann nichts mit Lizenzspieler-Profi-Fußball zu tun, wenn er diese Arbeit gemacht hat, dass er Unterkünfte gebucht hat, Trainingslager. Aber das ist ja nicht dann die Arbeit, die er ausgeübt hat. Oder weil das statt der Lizenzspieler im Profibereich irgendwas, dann ist das eine ganz andere Arbeit, was er dann macht. Er hat die Fäden der M. Gersenkicht eingefädigt und das reicht Schalke. Und das reicht Schalke, der Fee und Asamor. Das ist was anderes für die deutsche nationalen Mannschaft. Und Asamor war Mädchen für alles. Vieles läuft hinter den Kulissen. Jetzt kann er weg, Kohle kommt durch die M. Man muss hier, Tyson, man muss nicht jedem einen Job im Verein geben, nur wenn man ihn mag. Und er den Verein mag. Diese Emotionale immer bei uns. Tyson, da gebe ich dir auch vollkommen recht, vollkommen recht, vollkommen recht. Aber was ich nicht verstehe, er macht ein Manager-Dings, Schalke hat mit ihm so geplant, macht ein Manager-Ding da. Und dann sehen wir weiter, keine Ahnung. Und da kommen die Neun im Vorstand. Der ist neu, der ist neu. Ich weiß ja nicht, wie das da abgegelaufen ist. Aber er hat gutes Geld verdient. Da kann er ja nicht meckern auf Schalke. Lizenzspieler-Betreuung kann man auch noch dazu nennen. Ah, okay, Lizenzspieler-Betreuung. Und jetzt erklären wir mal diesen Job. Jetzt erklärt mir bitte, Shin Sanau, Lizenzspieler-Betreuung. Gerhard hat Lizenzleitung, hat den gleichen Job gemacht wie Sebastian Kehl beim BVB. Okay, bei Dortmund bin ich nicht mit da drin, aber ich sage jetzt nochmal, bitte erklärt mir diesen Job. Was sind die Tätigkeiten, was ist die Arbeit? Gerade hat einer geschrieben, er hat Trainingslager gebucht und was anderes noch. Jetzt braucht er also keine Hotels mehr. Ich glaube nicht, dass er da mit Hotels buchen musste. Ich weiß ja nicht, das wäre zu einfach. Asar ist eine gute Seele. Der hat die Lizenz... Was steht da? Er hat die Lizenzspieler betreut. Okay. Okay. Unter anderem hat Asar die Hotels oder Hin- und Rückreisen-Spielen organisiert. Okay, die Frage sollte sein, warum keine Kohle mehr da ist. Dann weiß man auch, was da verpeilt hat. Dann Konsequenz ziehen und nicht hier. Dann da. Als Binnenglied zu dem Management. Auch für alle Probleme, was die Spieler hatten. Okay. Asar wird bei uns immer eine Legende bleiben. Richtig. Asar wird immer eine Legende bleiben. Und Asar wird zurückkommen. Ich bin zu 1000% sicher, dass der Asar in ein paar Jahren, wenn er wirklich die Erfahrung gesammelt hat, wird er wieder auf Schalke kommen. Und da bin ich davor. Jetzt überlegt mal. Erinnert ihr euch noch? Die jungen Generation wird sich, glaube ich, nicht erinnern. Aber die ältere Generation. Andreas Müller. Nicht Andi Müller. Andreas Müller. Wo der Asar ihn zum Manager gemacht hat auf Schalke. Wo er mit seiner Fußballkarriere aufgehört. Ist er zum Manager geworden. So. Was ist passiert? Hat nicht geklappt. Tschüss. So. Und ich denke mal, Asar Mord sich das ja auch überlegt. Und sagt, ey, komm. Ich gehe den Weg. Geht zu einer anderen. Muss meinen Weg gehen. Ich denke mal, er wäre gerne geblieben, aber er hätte gerne den Sportdirektor-Posten gerne gehabt als den Wilm. Warum den Wilm Mords? Hätte er auch machen können. Aber so, sage ich, der macht lieber, gehst du zwei, drei Schritte zurück. Lernst du. Und dann kommst du wirklich mit Erfahrung zurück. Und dann zeigst du allen, dass sie einen Fehler damals gemacht haben. Aber ich sage, das wird kein Fehler sein. Ich sage, das wird gut sein für Gerald, dass er die Erfahrung sich sammelt. Meinst du den Andreas von Schalker Botschafter? Was ich aber nicht verstehe, ist, dass man Asar nicht als Schalker Botschafter einsetzt oder als Scout. Dass er den Verein nach außen hin präsentiert und vertritt. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass man Asar nicht als Schalker... Vielleicht wollte er das doch nicht. Kurbel, du musst so verstehen. Er hat einen Manager-Posten ausgelernt. Er hat ja bei DFL und DFB gearbeitet. Er wollte gern einen höheren Posten. So, nicht so einen Posten, ach komm, geben wir ihm jetzt einen Posten. Und das ist... Vielleicht wollte er auch nicht. Vorher sagt er, nee, ich möchte jetzt meinen vernünftigen Posten haben, wo ich wirklich da bin und ich auch entscheiden kann. Kann ich aber auch verstehen. Wenn du einen Manager-Posten gelernt hast und Sportdirektor werden willst oder Manager werden willst und dann sagst, komm, machst du das Scouting am Tag und als Schalker Botschafter... Wenn ich Asar wäre, würde ich sagen, ich bin doch nicht euer Leleck. Sorry, ich bin doch nicht euer Leleck. Dann sucht ihr euch mal einen anderen Leleck. Ich habe das jetzt ausgelernt. Ich weiß, was ich drauf habe. Aber okay, dann gehe ich woanders. Später komme ich wieder. Sollte wieder ein ganz wichtiges Spiel, wenn es in die Hose geht, dann knallt es ganz gewaltig. Das sowieso. Asar ist ein Macher. Er wird seinen Weg gehen. Richtig. Er wird seinen Weg gehen, der Asar. Da bin ich zu 1000% sicher, dass der seinen Weg gehen wird. Schade, finde ich traurig, aber besser ist für ihn. Hans Wurst, verstehe ich auch. Aber ist doch normal. Wie lange war der auf Schalke? Der Schalker Dreisel findet übermorgen wieder statt, oder? Ich bin morgen nicht im Schalker Dreisel, weil ich morgen Trainer-C-Lizenz habe, aber nicht jetzt. Ich habe die Trainer-C-Lizenz, aber wir müssen Einheiten sammeln. Wir müssen 20 Einheiten sammeln, damit die C-Lizenz wieder verlängert wird. Und morgen habe ich eine Trainersitzung, aber wir müssen 200 Stunden, wird uns beigebracht, wie wir mit der C-Jung, mit großen Gruppen klarkommen müssen. Und wir müssen selbst mittrainieren, um zu gucken, wie das klappt und wie das ist, welche Trainingseinheiten, wie man mit den Jungs klarkommt. Und da werden viele Trainer dabei sein, ich glaube 15, 20 Trainer. Und wir werden dann als Gruppe auch trainieren. Und deswegen bin ich dabei und werde morgen nicht im Schalker Dreisel dabei sein können. Francesco, wo macht man so eine Lizenz? Beim DFL im Kreis? Oder wenn du in einem Verein bist, kannst du auch deine Jugendleitung fangen, dass du eine C-Lizenz machen möchtest. Und die tragen dich ein und dann bist du bei der nächsten C-Lizenz dann angemeldet. Schalker Dreisel, nicht morgen, sondern Mittwoch. Ja, Mittwoch, ich kann nicht. Bei mir ist das ja Mittwoch. Nicht morgen, morgen habe ich selber Training. Alleine, dass niemand genau weiß, was so eine prominente Person auf Schalke macht, sagt doch schon alles. Ich denke, er könnte bei den internen Grabenkämpfen unter die Räder gekommen sein. Ich weiß es nicht. Kann auch möglich sein. Kann auch möglich sein. Aber das werden wir nie erfahren. Besser ist für ihn. Was ist besser für S04? Wirklich von unten wieder Beginn. Die Fans habt ihr ja. Und könnt euch große Lasten entledigen. Bei einem Neuanfang mit den großen Unterstützern. Nee, ich will nicht absteigen. Ich will die Liga halten. Die Liga halten. Könnt ihr auch kommen wie RBL wieder hochkommen? Nein. Dann lieber bleibe ich so. Nimm du doch, Assa. Nein, Assa wird seinen Weg gehen. Und da bin ich zu 1000% überzeugt. Mir war aber, wie gesagt, mir war schon klar, dass sowas passieren wird in der Saison. So wie die geredet haben und gesagt haben auch, dass sie einsparen müssen. Da müssen sie gucken, wer gehen wird. Und das war für mich keine Überraschung. War schon zu. Weil man immer geredet hat, welchen Job hat der Assa? Was tätigt er da? Das habe ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann es mir im besten Willen auch nicht vorstellen. Der ist Schalker durch und durch. Und warum soll er ausgerechnet internes rausgehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch schon gelesen in manchen Stellen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wie können wir die Liga halten? Ich bin sehr besorgt. Amen. Nicht nur du. Nicht nur du. Jeder. Genau. Abscheiden gar nicht. Dann wird es echt schwer hochzukommen. Klasse schaffen, in der Saison neu aufbauen. So ist das. So ist das. Es kursiert, dass es ungefähr 15 abgegeben wird. Wen sollen wir dann ohne Geld holen? Hat ja jetzt mit der Sparmastnahme gut geklappt, wie man gesehen hat. Es braucht einen guten Sportdirektor. Bis dahin denke ich erstmal gar nicht. Glaub mir. Bis dahin denke ich erstmal gar nicht. Ich denke mir erstmal, Spiel für Spiel, erstmal müssen wir die Punkte holen. Und dann, wenn wir es geschafft haben, wenn wir uns retten, dass wir in der 2. Liga bleiben, dann können wir uns drüber unterhalten. Wirklich. Aber jetzt uns drüber unterhalten, was passiert, wenn du absteigst, dann haben wir uns umsonst unterhalten. Das ist doch ein Wunschtraum. Sehr gute Leute, die sich mit den Feinen und den Fans toll verstehen. Soll keine Frage des Geldes sein. Das weiß ich nicht. Der hat Steine überlegt und seine Vermutungen sind nicht abwegig. Da Asser immer ziemlich von den Fahnen, wo ich gegängelt wurde. Aber davon gibt es wahrscheinlich 50 weitere auf Schalke. Es könnte auch Fährmann sein, sein Berater. Baumgarte. Könnte so viele Möglichkeiten, bei Asser kann ich mir nicht vorstellen. Heimstärke ist jetzt unser Plus. Wir müssen... Fabi? Fabi? Ich bin ein bisschen auf dem Fall. Fabi? Das ist der Fall. Karl muss ich aber mal so langsam in Norbert Erge zusammensetzen. Darüber kommen wir jetzt gleich. Von unten nochmal beginnt. Wie 1860 München. Hoffe, dass Samstag Braunschweig oder Rostock fehlen lassen. Aber glaube ich eher nicht. Auch wieder Karla wärt es schaffen. Ja, dann machen wir Asamor beiseiteschieben. Motto, haben wir uns schon gedacht. Ich denke mal, die Erfahrung wird er sammeln woanders und dann kommt er irgendwann gestärkt wieder zurück. Und auch von hier, schöne Grüße an Asa, viel, viel Glück in deiner Zukunft und kommen gestärkt wieder zurück. So, jetzt kommen wir zu unseren Finanzen. Ich habe ja ein Video gemacht über Christina Rühl-Hammers und viele kommen zu mir und sagen, boah, du hast sogar keine Ahnung von Finanzen und etc. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Aber dass man diese Frau da hinstellt und sagt, die ist mit Schuld, dass wir da unten stehen. Da habe ich mich gefragt. Ich wusste nicht, dass sie Trainerin geworden ist. Ich wusste nicht, dass sie sogar auf dem Platz steht. Komisch. Sie versucht, unsere Finanzen runterzudrücken. Wir hatten hoch. Auch wenn Christina schon lange auf Schalke ist. Aber sie drückt die Finanzen runter. Und wenn sie sagt, wir müssen sparen und wir dürfen uns nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr verschonen, dann ist das halt so. Dann müssen wir damit zurechtkommen. Was viele Schalke-Fans gar nicht verstehen. Wollt ihr, dass unser Verein sich immer mehr weiter verschuldet, dann irgendwann sagen sie, nee, stopp, bumm, bumm, ihr könnt direkt runtergehen. Ihr habt keine Kohle. Ihr könnt euch das nicht leisten. Fertig. Deswegen, sie ist die Letzte, die dran schuld ist, dass wir da stehen. Da ist für mich der Trainer schuld, die Mannschaft schuld und der Sportdirektor, der die Mannschaft zusammengestellt hat. Fertig. Die drei. Mehr auch nicht. Francesco, die Frau macht top Arbeit. Ich sag's auch. Rui Lamas wäre aber nur ein Bauernopfer. Die Frau macht ihren Job und ich finde es gut. Ich finde es gut, wie sie den Job macht. Glaubst du, Karel bleibt, wenn es gegen KSC daneben geht? Ja, er bleibt. Karel bleibt. Nein, aber guck mal, wie viele Schulden hatten wir vorher? Und wie viele Schulden haben wir jetzt? Jetzt sind wir von, so was ich gelesen habe, von 280 Millionen auf 160. Warte mal. Warte mal. Wir gehen mal hier. Und da, 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 da. Ich suche das jetzt mal, wo das mal stand. Mhm. Mhm. Falsch. Mhm. Mhm. Aha, mal. So. So. Auch wenn ich finde, dass sie im Vita für die TV-Gelderplatzierung noch etwas hätte freigeben sollen, schlecht ist sie sicher nicht auf ihrem Gebiet. Man sagt immer, wir haben auch viele Gegenwerte wie die Arena-Vereinsgelände, aber das kannst du schlecht zu Geld machen. Wir haben ein massives Liquiditätsproblem und alle laufenden Kosten zu bezahlen. Richtig. Ich muss meine Kritik von Frau Hüllers zurücknehmen und ziehe den Hut vor Überleistung. Ich sage ja, Stefan, man kann kritisieren, aber man muss erst mal gucken, weswegen. Hier steht Hamas, ihr Schalke 04, heftiger Vorwurf gegen Rül Hamas. Jetzt reagierte die Finanzchefin und sie hat jetzt zurückgerudert, nicht zurückgerudert, angegriffen. Großalarm bei Schalke 04. Der Revierklub befindet sich wieder mitten im Abschiebsraum und es droht der Abschieb in die dritte Liga. Für den Traditionsverein wäre das eine Katastrophe und vermutlich das Aus für den Klub. Ja, auch für Christina, Finanzchefin des FC Schalke 04, sind es derzeit keine leichten Zeiten. Eine Sache, die den Fans gewaltig auf die Nerven geht, sind die Sparpläne des Klubs. Den Anhängern und Mitgliedern stand die Finanzvorständin nun Rede und Antwort. Ich finde das gut, dass sie sich da hingestellt hat und Rede-Antwort bei, glaube ich, mitgeredet, glaube ich war das. Hier steht, Schalke 04, heftiger Vorwurf gegen Rül Hamas. Beim FC Schalke 04 herrschte am Montag ordentlich Betrieb. Nachmittags verkündete der Klub die Zahlen aus 2023. Dabei gab es auch noch eine Schocknachricht. In dem Bericht erklären, Christina Rül Hamas und Forschernchef Michael Thiemann im Drittliga-Szenario besteht eine wesentliche Unsicherheit, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmensstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko darstellen. Bei diesen Worten läuft jedem Fan ein Schau über den Rücken. Der Klub kann eine drohende Insolvenz also nicht ausschließen. Klar, bei so vielen Schulen. Es geht also mal wieder drunter und drüber bei den Königsblauen. Am Abend gab es dann auch noch die nächste Gesprächsrunde von Mitgerede. Bei der Mitglieder Rül Hamas Fragen stellen konnten bezüglich der Finanzpolitik gab es in den vergangenen Jahren immer wieder viel Kritik in Richtung der Verantwortlichen. Eine Frage, die die Finanzchefin immer wieder gestellt bekommt, sparen Sie Schalke kaputt? Das ist ja, wo man sagt, sparen Sie Schalke kaputt. Wenn wir sehen, was für Transfers wir betätigt haben im Sommer, bevor die zweite Liga angefangen hat, da hat man mit den Spielern, die wir geholt haben, sofort an Wiederaufschiege gedacht. Oder nicht? An Wiederaufschiege gedacht. So, der S04, eine Falle immer wieder gestellt, sparen Sie Schalke kaputt. Der S04 würde nämlich nicht mehr so viel in die Mannschaft investieren. Sie erklärt, dass sie diese Frage nicht zum ersten Mal gestellt bekomme. Rül Hamas reagiert deutlich. Ihre Antwort voll prompt. 11 von 13 Mannschaften, die in der Tabelle derzeit über uns stehen, wären froh, wenn sie unseren Etat hätten. So die Finanzchefin des FC Schalke 04. Ihre Message dahinter. Es wurde viel Geld in die Mannschaft investiert. Allerdings zahlt sich das bislang gar nicht aus. Es geht darum, aus den eingesetzten Mitteln das Optimale herauszuholen, so Rül Hamas. Die Knappen gehören in der zweiten Bundesliga zu den ersten drei Mannschaften, wenn es um den Etat geht. Nur der ASV und Hertha geben noch mehr aus. Zudem reagierte sie auch auf die Vorwürfe. Der Klub würde auf die kassierten Ablösungen sitzen bleiben und würde noch mehr sparen, als in die Mannschaft zu investieren. Rül Hamas erklärt, dass ein Transfererlös beispielsweise von rund 5 Millionen Euro zwar als Erlös gebucht werden, allerdings würde er nicht auch als Investitionssumme zur Verfügung stehen. Gute Nachricht gab es aber neben all der Kritik und der Rückstiege auch noch 2023 schrieb der Revierclub, schwarze Zahl, 6,9 Millionen Euro beträgt der Gewinn. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten sank auf 128 Millionen Euro. Das Negativ-Einkapital auf 103 Millionen Euro. Dem Klub ist es gelungen, wichtige wirtschaftliche Parameter zu verbessern, sagte Rül Hamas. Es wird gearbeitet, dass wir unsere Schulden immer niedriger machen. Und deswegen verstehe ich ja nicht, wie man dann diese Frau sagen kann, ey, sie ist Mitschuld an unserer Lage, wo wir stehen. Und da frage ich mich, wir haben Paulsa Green geholt, damals bei Gräuter führt, einer mit der Top-Spieler, jetzt zum Beispiel unter Karre, muss ich sagen, ey, hat er sich super entwickelt, ne? Ey, den kann ich da nicht mehr mir wegdenken als Sechser, wie er das Spiel da versucht zu ordnen und das Spiel von hinten zu öffnen. Paul Seguin, Schallenberg wurde für mich als Pirlo der 2. Liga genannt. Super Transfer, 2 Millionen Euro, eine Vollkatastrophe. Baumkarte, auch, wurde geholt, boah, ey, wir haben uns alle gefreut. Und? Nix ist passiert, nix. Ich sage ja, da kann auch eine Christina noch nix dafür. Und dann, wenn du dann Trainer hast, die mit den Mitspielern nicht klarkommen oder die Mannschaft auf die Taktik nicht klarkommt, dann läuft das nicht rund. So. Wie willst du das machen? Wie willst du machen? Okay, dann holst du jetzt Beispiel, im Winter holst du 3, 4 Spieler. Beispiel. Die kosten viel Geld. So. Dann hast du immer mehr Schulden. Pam, 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 pam. Machst immer noch mehr Schulden. Ne? Weil viele wollen das, machst du noch mehr Schulden. Was passiert, wenn du zu viel Schulden hast? Und dann sagen die Lizenzauflage. Bam. Aha, du hast dich noch mehr verschuldet. Dann machen wir mal minus 10 Punkte Beispiel. Super. Weil wir uns ja geholt haben, Spieler, damit wir uns retten. So und so. Du hast einen Kader, mit dem kannst du dich retten. Und ihr könnt mir doch nicht jetzt erzählen. Und dann Braunschweig, Rostock, Kaiserslautern, Wehe Wiesbaden. Einen Kader haben die noch stärker City-Spieler. Das Problem ist, die haben einen Zusammenhalt. Die haben eine Mannschaft und einen Trainer, der einen Plan hat. Was wir nicht haben. Da kann eine Christine, Müllers doch nicht, Müllers nicht, Müllers. Die Christine hat doch nichts dafür. Sorry. Ich verstehe nichts von Finanzen, aber sie macht ihren Job richtig gut. Und wenn die alle so arbeiten würde, wie die Christina, dann würde unser Verein nicht dastehen, wo das jetzt gerade steht. Weil sie muss die Scheiße ausbahnen, was andere verbrockt haben. Das ist meine Meinung. Und die macht gute Arbeit. Christina, gute Arbeit. Weiter so. Unser Scouting ist seit Jahren für den Arsch. Umso wichtiger ist, dass Ben Manger kommt. Also am besten nächste Spiele gewinnen, um den Klassner schnellstmöglich festzumachen. Ich, Ben Manger, okay, über Ben Manger. In Frankfurt, gute Arbeit geleistet. Und bei Watford, wo der jetzt war, was für eine Arbeit hat er da geleistet? Sorry, ich feiere keinen mehr. Ich feiere keinen mehr. Ja, dann kommen sie bei Schalke und dann wird das auch nicht so sein, wie das sein soll. Ich feiere keinen mehr. Ich bin nicht so einer. Boah, Ben Manger, boah, ich freue mich. Wenn der kommt, dann läuft es besser. Ne. Warum ist er bei Watford gescheitert? Komisch. Wieso ist er da gescheitert? Hat nicht geklappt mit seinen Ideen. Was ist, wenn er mit seinen Ideen auf Schalke kommt und das nicht läuft? Dann bezahlst du nicht nur Ben Manger. Er bringt ja nur drei, vier Stück mit. Ruhig. Wir müssen ruhig bleiben und abwarten. Man kann auch Heidel holen. Genau. Das ist es, ja. Wichtig ist aber dennoch, dass jemand kommt, der weiß, der was kann. Nicht wie Knebel und Hechelmann. Ja, was ist aber jetzt mit Wilmotz? Jetzt die nächste Frage. Was passiert mit dem Marc? Welche Tätigkeit übernimmt er? Ja, wenn im Sommer, sagen wir, wenn wir die Klasse halten, wenn wir die Klasse halten, dann brauchen wir ja den Wilmotz nicht mehr. Oder hat man den Wilmotz geholt, um den Karel rauszuhauen und dass der Wilmotz dann auf der Bank sitzt? Ist das der Plan von Schalke? Weil wenn du Ben Manger holst, brauchst du den Wilmotz nicht mehr. Oder wird der Wilmotz dann den Posten von Tönnies dann übernehmen, was der Tönnies damals gemacht hat? Ich habe da keine Ahnung. Ich werde da auf Schalke nicht schlau mehr. Wir kennen doch die Umstände in Watford nicht und ob er überhaupt kommt, können uns gar kein Urteil bilden. Nein, Urteil nicht, aber Watford spielt in der Premier League, glaube ich. Man hat den geholt, der hat vertragt bis 2027, glaube ich, und ist nicht mehr da. Irgendwas ist da nicht gut gelaufen, vielleicht hat das nicht geklappt. Das ist ja nicht so schlimm. Das Problem ist, bei manchen Vereinen klappt es und dann gehst du in einen anderen Verein und da klappt es manchmal nicht. Du hast halt immer dieses Hop oder Top. Ja, alle Top bringen bei Schalke nie was, ja. Der wird bei Schalke nicht kommen, der geht 100% zum Erstliga-Verein. Spielen Champions League, also 2. Liga-Verein. Ah, die sind in der 2. Liga. Dann haben die gut bezahlt. Dann haben die gut bezahlt. Dann frage ich mich, wie will Schalke den bezahlen? Wenn wir kein Geld haben, wie willst du den bezahlen? Und er will ja noch 4, 5 Leute mitbringen. Wie willst du bezahlen? Dann feuerst du den, 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 aber holst ihm gleich den, aber der bringt noch 4 neue Leute mit. Oder 3. Wo hast du das Geld, wenn du sagst, du hast kein Geld? Simon, ja, bei Frankfurt hat das super geklappt. Heißt aber nicht, dass es überall so klappt. Und wo hat Schalke das Geld, wenn er noch Leute mitbringt? Aber Schalke feuert Leute, weil die sagen, wir müssen sparen. Holt da hin und der bringt nur 3, 4 Leute. Die musst du ja auch zahlen. Wer für Lasme, Tempelmann, Baumgatte, viel Geld ausgibt, ist selbst schuld. Geld nimmt die, es gibt viele gute Spieler, nur ist zu viel, holt Spieler von Absteiger. So, siehst du, wir hatten Kohle. Wir holen Spieler. Da frage ich mich, wer hat die Spieler geholt? Wer hat die gesehen? Hey, Tempelmann, den haben sie voll. Ich hätte den Tempel, der ist noch jung. 22 Jahre, halt den doch fest. Oder warum gibst du Florian Flick ab? Hättest du ihn auch Florian Flick behalten können als Sechster? Achso, okay. Bei Watz wurde gesagt, Manga interessiert sich überhaupt nur für Schalke, weil er aus Neuss kommt und dort auch noch seine Familie hat, etc. Okay, aber ich will gerne wissen, wie Schalke den bezahlen soll. Kann es so viel die dritte Liga überlegen? 190 Millionen Schulden. Andere Teams in der Liga machen jährlich Verlust ohne 190 Millionen. Ja, über das brauchen wir gar nicht reden, oder? Über das brauchen wir gar nicht reden. Wenn wir absteigen, geht das nicht. Okay. Christina Rülamas haben wir jetzt auch abgearbeitet. Wie gesagt, sie macht ihren Job gut. Wenn alle so arbeiten würden, wie Christina, wird Schalke nicht da unten stehen. So, abgearbeitet, Christina. Du machst auch einen sehr guten Job weiter so, Christina. So, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Gegen den KSC. Ab Donntag, auf Ostersonntag. Boah. Wer ist im Stadion? Nicole, ihr steigt nicht ab, positiv denken. Normal positiv, wir steigen auch nicht ab. Aber die Angst ist da. Die Angst ist automatisch da. Hast du unser letztes Spiel gesehen in Berlin? Das ist die Wiedergeburt gegen KSC. Viele haben Angst. Ey, boah, Karlsruhe hat Magdeburg 7-0 geschlagen. Boah, die nehmen uns im Stadion auseinander. Oh, wer nimmt uns im Stadion auseinander? Wer? Wer? Nur weil jetzt Karlsruhe 7-0 gegen Magdeburg gewonnen hat. Boah, ich habe keine Angst. Du darfst nicht Angst haben. Ey, wir haben auch zu Hause St. Pauli geschlagen. Wo wir alle gerechnet haben. Wir kriegen vier, fünf Stück. Ich auch. Ich habe gesagt 5-0 für St. Pauli. Und dann, pom. Man kann jeden zu Hause schlagen. Nur du musst die richtige Einstellung haben. Du musst auch die richtigen Spieler dafür haben. Und da muss ich jetzt gucken, was der... Ob ich Werbung mache für Hessler? Nein, ich mache keine Werbung. Ich habe den angehabt heute. Ich ziehe mich doch jetzt nicht jedes Mal um, wenn ich live mache. Kiki, du warst in Berlin. Verstehe ich. Normal. Angst haben wir sowieso. Angst haben wir sowieso, weil die unteren Mannschaften gewinnen ja auch. Sind ja nicht die, dass die verlieren. Ich weiß nicht, ob es Karten ist. Ich suche zwei Karten für einen Kollegen. Der möchte gerne gegen den KSC hingehen. Aber schwierig zu kriegen. Ich habe mir auch gesagt, schwierig. Aber ein anderer Kollege hat zu mir gesagt, man müsste in eine Geschäftsstelle gehen am Donnerstag. Morgens. Und dann nachfahren. Weil viele geben auch die Tickets wieder zurück. Weil Ostersonntag. Manche sind mit Familien. Klar, dann bin ich lieber mit Familie als im Stadion. Oder in die Ticketbörse. Schalke, glaube ich, 04. Homepage. Muss mal gucken. Schalke ist immer fast ausverkauft. Unglaublich, ne? Andere Vereine würden sich freuen, wenn sie da unten stehen und ein ausverkauftes Haus haben. So, Karlsruhe SC. Das wird ein richtig hartes Spiel, weil meine Angst ist, Kaminski wieder in der Innenverteidigung. Kaminski geht wieder im Ticketshop. Abwehr gut stehen, das ist ja das Problem. Das ist das Problem. Ich habe, ja, habe ich im Fernsehen gesehen, weiß ja, Stuttgart hat so oft Abstiegskampf gespielt, hatte da auch Angst. Daheim könnt ihr sie schlagen. Abwehr gut stehen, vorne Bälle rein. Das ist es ja, abwehr gut stehen. Das ist es ja, abwehr gut stehen. So, ich habe schon, kriege ich schon jetzt Kopfschmerzen, wenn ich daran denke, wie Sonntag die Aufstellung sein wird. Kaminski Innenverteidiger mit Kalas, boah, kriege ich Angst. Kriege ich Angst, ehrlich. Da kriege ich wirklich Angst. Hans, wo hast du jetzt geguckt? Ticketshop, gibt es da noch Karten? Ich sage ja, wenn Kaminski und Matrischein in der Abwehr stehen, dann kriegen wir drei Tore rein. Ich sage ja, ich bin gespannt, wie der aufsteht. 21 Kicke, Top muss spielen von Anfang an. Der Junge hat heute mit der U20, U20 hat gespielt und die U20 von Deutschland lag 3-0 zurück. Kicke, Top. Zwei Tore plus ein Assist, waren drei Tore bescheinbar. Bester Spieler auf dem Platz. Der Junge muss spielen. Der Junge muss Samstag spielen. Der ist jetzt in einem Lauf, Tore gemacht, gut drauf. Er muss neben Tirole spielen. Er muss Samstag neben Tirole, Sonntag neben Tirole spielen. Und wenn er nicht neben Tirole spielt, Sonntag, dann, Karel, sorry, dann musst du leider gehen. Und ich weiß, dass der Kaminski ausspielen wird. Er wird dann wieder, boah, weiß nicht. Aber woran liegt es dann, dass es nicht klappt, so spielen wie gegen Pauli? Ich weiß, wie ihr fühlt. Ich kenne das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Du kannst, egal, wen du da hinstellst. Erstens, sagen wir mal so. Du musst ja, ich kann ja die Trainingsleistung jetzt nicht sehen. Sitzplatz, Sitzplätze, noch 20 Karten da. Okay, okay. Schickt mir mal, Hans Wurst, bitte den Link über Instagram, bitte. Dann schicke ich das weiter zu den Kollegen. Danke dir noch mal, Hans Wurst. Der war gut. Der ist gut, Cyber. Wir müssen aus Verzwaffen irgendwas Verrücktes in der Abwehr machen. Zum Beispiel Tirol als rechter Verteidiger. Ja, ich sag ja, deine Verzwang ist auch meine. Es ist schwierig, es ist schwierig. Ich überlege mir auch so eine Aufstellung schon. Ich habe mir auch so eine Aufstellung schon fast im Kopf. Scheinberg ist jetzt kein Problem, wo du sagst, ey, boah, der ist ein Riesenausfall. Nein, ist er nicht. Für mich ist Scheinberg kein Ausfall. Okay, Sopi, der hat gegen St. Pauli ein super Spiel gemacht. Gegen Paderborn, wie ich verstanden habe, nicht so gut. Deswegen kann man das noch nicht urteilen. Matricciani ist kein rechter Verteidiger. Das versteht der Karel noch immer nicht. Seit 22, wie viele Spiele macht der Karel jetzt 20? Versteht noch immer nicht, dass Matricciani da nicht hingehört. Ansonsten, Brunner spielt ja nicht. Kannst du von der U23 holen. Lässt sowieso nicht spielen. Im Kader ja, aber nicht spielen. Ja, Latza, letzte Woche hat er Latza spielen lassen, wo ich doch schon selbst weiß, der Junge ist nicht mehr tauglich für Profi. Ist zu langsam, überheblich, geht keine Zweikämpfe mehr richtig ran. Und deswegen sage ich ja, das ist äh... Franco, weißt du noch 2 Elfmeter in der Nachspielzeit? Welches Spiel, Ines? Kann mir vorstellen, dass Asam Zentral neben Seguin spielt. Der hat wenigstens die Dynamik, um Kaminski einzubeschützen. Nein, Asam gehört nicht als defensiver Abwehrspieler. Welche Feldspieler? Ich verstehe das ja auch nicht. In Sturzler war er nicht schlecht. Warum bei euch nicht? Verstehe das nicht. Stimmt. Jüngere Spieler hochsetzen, die kämpfen mit Herz. Über wem meinst du jetzt? Meinst du Kaminski? Aber das war eine andere Zeit. Der ist jetzt auch älter geworden. Der war in der Aufstiegszeit bei Schalke, wo wir aufgestiegen sind. Der hat stabil, war stabil. Sind wir aufgestiegen in der Bundesliga, kam seine Verletzung und danach kam nichts mehr von Kaminski. Und der ist auch älter geworden. Spielen wir mit Henning und Kaminski, wird das böse gegen KSC? Bin ich bei dir? Bin ich bei dir? Bin ich dann die Aufstiegszeitung und dann ist es Ostersonntag. Sitze mit der Familie zusammen. Vielleicht gucke ich das auf Handy. Und wenn du dann die Aufstiegszeitung, dann spielen die beiden, gucke ich das Spiel nicht. Dann gucke ich das Spiel nicht, weil dann weiß ich Bescheid, wie das enden wird. Okay, alles klar. Danke dir nochmal, Hans Wurst. Werde ich Bescheid geben. Vielleicht guckt er ja zu. Carsten weiß Bescheid. Zwei Karten kannst du in die Ticketbörse gucken. Sind noch Karten übrig für Haupttribüne, ne? Ja, für Haupttribüne Block PR11. Francesco, abe die Abwehr lacht. Terole und Top machen fünf Tore. Da kannst du ruhig hinten drei kriegen. Nein. Ich will hinten keine kriegen. Ja klar, stimmt. Kann man nicht vergleichen. Terole ist ein guter. Wen habt ihr noch Stürmer? Terole, in seinem Alter, lasse ich den spielen. Mit Top vorne drin, was Besseres haben wir da nicht. Lassme ist kein Stürmer. Lassme ist absolut kein Stürmer. Ich würde den Lassme vielleicht mal über außen kommen lassen, wenn. Oder wenn wir für Konterchancen schneller ausspielen, dann kann es Terole rausnehmen. Und dann mit Konter, weil er schnell ist, spielen lassen. Asan hat Sechster und Achter in der U17 Nationalmannschaft gespielt. Aber er war kein Stammspieler damals. Oder? Die Tordifferenz kann noch wichtig werden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Lassme kann nur weit laufen. Das stimmt auch. Wir schießen nicht ein einziges Tor, wenn wir zurücklegen. Das ist, denke ich, das Wichtigste. 0-0 zahlen und in Führung gehen. Der ist gut. Der ist gut. Ich wäre für Lassme in der Abwehr neben Kalas. Der ist saustell. Haut die Bälle nur raus. Hat einen guten Körper und ist sehr gut für die Kopfbälle. Ja, warum nicht? Ey, das ist auch eine gute Lackin. Aber ich habe Angst, dann trifft er bei uns ins eigene Tor. Überleg mal, der spielt da hinten und dann macht er sein eigenes Tor. Aber der ist schnell. Der ist groß. Bei den Zweikämpfen weiß ich nicht. Da habe ich noch Bedenken. Matthias, Italien hat gewonnen gestern und Deutschland gewinnt 2-0 gegen Frankreich. Ja, wenigstens konnten wir ein bisschen uns freuen. Aber Freundschaftsspiele interessieren mich nicht mehr. Ich habe noch nie mal das Freundschaftsspiel von Schalke unserer Mannschaft geguckt. Ich habe mir nur die Highlights ein bisschen angeschaut und das hat mir gereicht. Schönes Tor von Assan, gibt ihm ein bisschen Selbstvertrauen. Aber ansonsten habe ich das Spiel, ich habe mir das auch nicht nachhinein angeschaut. Das bringt mir sowieso nichts. Wenn der Karel da auch Spieler spielen lässt von U23, aber der lässt sich spielen und das war es. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es gelesen, habe ich vorhin noch gesagt. Zwei Tore, eine Vorlage, lagen 3-0 zurück, haben 4-4 gespielt und Kicke war ein überragender Mann. Ja, lassen wir den Kopfball, das kann er nicht, das spinnt. Ich sage, ich würde gerne den Amardin mitnehmen und spielen. Das Kaparos würde ich mitnehmen. Aber ich bin gespannt, wie der aufstehen wird. Das wird wieder eine Überraschung, wenn wir wieder so schütteln, schütteln. Das wird sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ich würde schon sagen, bin ich weg gewesen. Der wird auch nicht welche von der U23 spielen lassen, niemals. Das wäre, wenn er so spielen wird, wie gegen Hertha, ey. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Reviersport, Reviersport, was steht da? Reviersport, vor einer Stunde, vor einer Stunde, Aufsichtsrat, Aufsichtsrat. Jetzt lese ich mal, jetzt vor einer Stunde im Reviersport, Aufsichtsrat über Drittliga-Lizenz. Wir sind vorbereitet. Okay. Steht bei einem Abstieg in die Dritte Liga die Existenz des FC Schalke 04 auf dem Spiel? Der Aufsichtsrat hat sich zu diesem Thema an seine Mitglieder gewendet. Der FC Schalke 04 befindet sich im Abschießkampf der Zweiten Liga. Ein Abstieg in die Dritte Liga soll unter allen Umständen vermieden werden. Denn für diesen Fall, befürchten viele, stehe die Existenz des Klubs in Frage. Jetzt hat sich der Aufsichtsrat, der Königsblatt, in einem Mitgliederbrief zu Wort gemeldet. Darin heißt es, der Verein sei auch für einen Gang in die Drittklassigkeit vorbereitet. Wir befinden uns in der Länderspielpause, acht Spieltage vor dem Saisonende. Unser Fokus bleibt fest auf dem Klassenerhalt. Er ist das Ziel, dem alles untergeordnet wird, um danach die Umsetzung weiter, weitergehend Planung für die Zukunft des Klubs anzugehen, schreibt der Verein mit seinen 180.000 Mitgliedern. Der Vorstand habe dem Aufsichtsrat signalisiert, dass der SU4 die Lizenz für die Zweite Bundesliga ohne Auflagen und Bedingungen erhalten werde, heißt es weiter. Aber wie sieht es in der Dritten Liga aus? Angesichts der aktuellen Situation werden häufig Fragen zum Szenario der Dritten Liga gestellt. Was wir euch seriös, seriös sagen können, wir haben die Unterlagen für die Lizenz fristgerecht beim DFB eingereicht. Es ist mit einer vorläufigen Erteilung unter Auflagen und Bedingungen zu rechnen, die bis zu einem Stichtag erfüllt sein müssen, erklärt das Kontrollgremium in der von Axel Lever, Mogens, Dönemann und Sven Kirchstein unterzeichnete E-Mail dazu. Auf dieses Szenario sind wir somit vorbereitet. Auch wenn es sich niemand wünscht, heißt es dort weiter. Ziel des Vorstands sei es weiterhin, Strukturen zu verschlanken, Erlöse zu sichern und zu steigern sowie Kosten zu reduzieren. Der Vorstand arbeitet daran, den Verein optimal für die Saison 2024-2025 aufzustellen. Sichtbare erste Stritte wie die Neustrukturierung des Sports und die Stärkung unserer Vertriebskraft sind bereits umgesetzt, schreibt der Aufsichtsrat. Zudem liegt das Augenmerk auf weitreichende Einsparung bei Sachkosten und einer höheren Effizienz in der Verwaltung. Grundsatz bleibt dem Sport ein wettbewerbsfähiges Budget auch in den kommenden Jahren zu gewährleisten. Okay, jetzt habt ihr es selbst gehört, habe ich euch vorgelassen, könnt ihr auf Reviersport sehen. Für die Leute, die Angst haben, dass wir in die Regionalliga gehen, wenn wir absteigen, nein. Wenn wir absteigen, gehen wir in die dritte Liga, aber mit Auflagen. Aber die Auflagen wurden uns jetzt hier nicht aufgezählt. Bin gespannt, was für Auflagen. Und man hat gesehen, sie sind dabei, viele Plätze freizumachen. Auflagen heißt Kündigung, haben wir ja gemerkt mit Asamor. Und ich frage mich, Herr Hefer, würdet ihr auch 50 Prozent eures Gehalts auch verzichten, damit sie nicht so viele kündigen, die wirklich den Job brauchen. Jetzt nicht jetzt wie ein Asamor, der genug Geld verdient hat, aber andere Angestellte, die da arbeiten, die damit leben, jeden Monat ihre Familie zu ernähren. Weil, da würde ich auch mal gerne den Aufsichtsrat sagen, spart ihr auch mal 50 Prozent von eurem Gehalt mal wegnehmen. Ihr verdient ja sowieso genug für die Scheiße, was ihr da verbockt habt. Aber okay, das heißt, es hört sich erst mal gut an. Fragt sich nur, ob die Lizenz für die dritte Liga auch tatsächlich erteilt wird, ja. Er sagt, mit Auflagen, mit Auflagen, aber die Auflagen stehen da nie drin. Ich bin gespannt. Ich bin ehrlich, ich glaube gar nichts mehr. Egal, was die uns da jetzt erzählen. Weil in der Vergangenheit, wie oft hat man uns was erzählt und dann stimmte das nicht. Oder? Das stimmt nicht, Francesca. Das können sie doch gar nicht sagen, dass sie die Bedingungen nicht kennen. Kannst du diese nicht erfüllen, gibt es keine Lizenz. Die kennen die Bedingungen. Esna 04, die kennen die Bedingungen, aber die sagen die uns nicht. Die sagen uns das nicht. Aber ich glaube denen gar nichts, weil unser Aufsichtsrat, auch unser Vorstand, wie oft haben die in der Vergangenheit gelogen? Wie oft haben die uns angelogen? Oft. Der DFB hatte noch nie so einen Fall wie Schalke. Es wird eine Lösung geben. Ja, ich denke mal, die im Normalfall, wenn so eine Mannschaft absteigt und so viele Schulen hat, die dritte Liga ist ja was ganz anderes. Das heißt, die erste und zweite Liga ist ja von der DFL. Und die dritte Liga vom DFB. Und ich gehe mal davon aus, dass die alles versuchen, dass Schalke nicht in die Regionalliga abgeht, sondern in der dritte Liga bleibt. Mit Auflagen. Die werden den Auflagen machen, damit Schalke nicht in die Regionalliga geht. Weil Schalke, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn Schalke in die vierte Liga geht, was das für den deutsche Fußball heißt. Hört sich jetzt doof an, dann wären wir ja selbst schuld. Aber wisst ihr, was das heißt für den deutschen Fußball? Das ist unglaublich so ein Traditionsverein wie Schalke 04. Wir haben ja andere Traditionsvereine gesehen, die untergegangen sind, wie Kaiserslautern, 1860 München und so alles. Aber Schalke 04 ist wieder ganz was anderes. Und ich denke mal, die werden dann alles tun. Ich denke mal, die werden dann alles tun, damit es nicht passiert. Egal was für Auflagen. Irgendwie werden die dann 30 Augen zudrücken, damit Schalke nicht untergeht. Jetzt ein Szenario. Wenn Schalke jetzt wirklich runtergehen sollte, was ist mit der Arena? Die wird, denke ich mal, verkauft. Können wir eigentlich dann dort weiterspielen oder nicht? Weiß das jemand? Hi Leroy, schön, dass du da bist. Es ist 5 nach 12, man sieht nur nix. Ja, da gebe ich dir recht. Es ist 5 nach 12 und man sieht wirklich nix. Nein, Leroy, ich habe gerade was vorgelesen bei Reviersport. Da hat der Hilfer, unser Aufsichtsrat gesagt, bei Abstieg gehen wir nicht in die Regionalliga, sondern in der dritten Liga mit Auflagen. An wen willst du denn verkaufen? Gelsenkirchen, die auch kein Geld haben? Ja, dass die Arena unser Stadion bleibt, ich weiß. Aber Szenario, du kannst das da nicht mehr bezahlen. Dann können die da spielen, wo die mal Training haben. Dann spielen wir in der Tönnies-Arena. Ja, dann können wir hier bei Ding spielen in der Arena. Da ist günstiger, bestimmt bei Wattenscheid. Ja, zu viele Kosten in der Schalke-Arena. Ja, das Thema mit Assa hatten wir schon. Ja, in der Arena ist zu viele Kosten. Du musst, guck mal, Catering, Ordner, Polizei, boah, vieles bezahlen. Und das schaffst du nicht in der dritten Liga, wenn es dieses Serrano sein sollte. Das ist ja das Problem. Ja, man muss aufpassen, man muss aufpassen. Ja, wir wollen nicht aufsteigen, wir werden auch nicht aufsteigen. Komm, wir werden nicht aufsteigen, aber du musst dieses Szenario auch im Kopf haben. Was passiert, das müssen die verantwortlichen. Oder Glückaufkampfball, aber Glückaufbahn können die nicht spielen, da ist ein Kunstrasen. Wenn da ein Rasen wäre, wäre das wieder was anderes. Da könnten die wieder spielen. Aber auf Kunstrasen spielen die nicht. Der Gerritz wird nicht gehen. Der Gerritz wird bis Ende der Saison bleiben. Weil, wenn du den feuern musst, dann hättest du den jetzt in der Länderspielpause feuern müssen. Weil da hätte der andere Trainer ein bisschen Zeit gehabt, die Mannschaft auch vorzubereiten mit Einzelgesprächen und so. Jetzt wird er sowieso nicht mehr gehen. Jetzt wird er bleiben bis Ende der Saison. Ich hoffe, dass wir wirklich die Liga halten. Wirklich, dass wir die Liga halten. Und das ist es. Was ich zum Trainer sage, ich sage gar nichts mehr zu dem. Was ich zu dem Trainer sage, ich sage gar nichts mehr zu dem. Ehrlich, mir fehlen die Worte bei dem. Mir fehlen die Worte. Ich hoffe wirklich, dass er die Kurve kriegt. Das ist das Einzige, was ich hoffe, dass er die Kurve kriegt. Aber zu dem Trainer sage ich gar nichts mehr. Die Aufstellung schon in Berlin hat uns alle den Rest gegeben. Francesco, man weiß nie, was wir sein sollten, wenn wir die nächsten zwei, drei Spiele verlieren. Wenn du alle drei Spiele verlierst, dann steigst du ab. Dann gibt es auch keine Hoffnung mehr. Woher kommen die individuellen Fehler beim Spiel gegen Hertha? In meinem frühen Verein TV-Nattenberg hat es solche Fehler kaum gegeben. C-Klasse. Die Fehler, die dazu führen ist, ein Latzer rennt nicht hinter dem Ball her. Ein Schallenberg lässt sich im Schrafraum so auseinandernehmen. Latzer achtet nicht auf seinen Hintermann. Matriczani wird von Reze vorgeführt. Angeführt lassen wir vorne. Aber war total aus von Obi-Jan auch Katastrophe. Falsche Aufstellung, falsche Taktik. Du hättest anders agieren können gegen Hertha. Nicht auf eins gegen eins, weil bei Reze musst du den doppeldecken. Oder du stellst einen Mann da hinten, der den die ganze Zeit auf den Nerven gehen würde. Der hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Villa 1 zu zurück nach eineinhalb Minuten. Glücklich das 1-1 gemacht. Da war ja kein herausgespieltes Tor. Der 2-1 für Berlin. Dann 2-2. Wieder Glück. Der 2-2. Und du hättest das Spiel auch höher verlieren können. Und dann auch noch Müller hat einen schlechten Tag gehabt. Hat alles gepasst. Hat alles gepasst. Klar. Glaubst du, wir können die Klasse halten? Auf jeden Fall glaube ich das. Das sind 8 Spiele. Aus den 8 Spielen kannst du noch 24 Punkte holen. Hört sich jetzt lachhaft an. Aber du kannst das schaffen. Du kannst es schaffen. Und du schaffst das auch. Nur du musst die richtig packen. Jetzt die Spieler. Und mal auch was riskieren mit anderen Spielern. Und nicht immer die gleichen Luftpumpen spielen lassen. Die wirklich eine Luftpumpe sind zur Zeit. 4. Welch schüttert der Trainer an individuellen Fehlern? Du kannst es ja so mal sagen. Wenn Spieler Fehler im Spiel machen. Dann ist ja der Trainer der Ärmste, der da was machen kann. Weil er gibt eine Taktik vor im Spiel. Die haben ja eine Spielersitzung mit dem Trainer. Der Trainer gibt die Taktik vor. Und dann auf dem Platz. Wenn du spielst, dann kann der Trainer nur reinrufen. Aber entscheidend tun die Spieler. Und wenn die Spieler dann Fehler machen, dann ist der Trainer so. Die ärmste Sau. Ist so. Aber wenn ich sehe, nach 15, 20 Minuten, das ist nichts da. Da muss ich was ändern. Dann ändere ich doch was. Taktik. Umstellung. Andere Spieler rein. Oder wechsel die Spieler. Ich sehe, du kommst mit dem nicht klar. Und dann setzt Beispiel. Matriciani auf links. Mokin auf rechts. Gegen den Reza. Das ist nur ein Beispiel. Oder in der Halbzeit. Du gehst mit 2-2 in der Halbzeit. Dann würde ich sagen, weißt du was? Nimm den Punkt mit. Oder irgendwas. Mach eine andere Taktik. Nicht mehr dieses Vorpressen. Warte ab. Lauf nicht ins offene Messer. Du hättest als Trainer wirklich was machen können. Aber er hat ja alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Jetzt bloß nicht den Satz in den Kopf stecken und gegen Karlsruhe einen großen Schritt Richtung Klasseheit machen. Ja, auch wenn du gegen Karlsruhe gewinnst, heißt das doch immer nicht, dass du dich gerettet hast. Jede Spiel, die Saison einspielt, jedes Spiel, das wird bis zum 34. Spieltag, wird es richtig, richtig eng. Und dieses Szenario möchte ich nicht haben. Boah, ich kriege schon jetzt Kopfschmerzen. Boah, das wird Hammer. Klar möchte ich mich schon eher retten. Das riesige Matricani nicht klappt, hätte dir jeder vor dem Spiel sagen können. Das war abzusehen. Marcel, ich weiß, aber komischerweise, dass dieser Trainer es nie sieht. Und jeder weiß, dass der Matricani auf der rechten Seite verloren ist. So, jeder sieht das von uns. Und wir sind alle keine, viele sind keine Trainer oder wir brauchen keinen Profitrainer zu sein. Jeder sieht das, aber nur unser Trainer sieht das nicht, komischerweise. Und jeder wusste, wenn der Latzer in der Mitte spielt als Sechser, du kannst nicht einen Spieler als Sechser tun, der lange nicht mehr gespielt hat, der nicht fit ist, kannst du nicht als Sechser tun. Nur komischerweise, unser Trainer, unser Trainerteam sieht das nicht. Und dann fragen sie sich, oh, warum kritisierst du den Trainer? Ja, deswegen sage ich zu dem Trainer nichts mehr. Weil mir fehlen die Worte langsam, was ich da sehe, was der macht. Ey, das hat nichts, ich sage nochmal, das hat mit der Persönlichkeit Karin nichts zu tun. Er ist ein liebervoller Mensch, liebervoller Vater, liebervoller Ehemann von seiner Frau, ist ein super sympathischer Kerl. Es geht nicht um den Mensch, Karel, nochmal, es geht hier auch bei den Spielern nicht um den Menschen, weil die sind alle Töfte. Die haben alle eine gute Charaktere, Matricani, ein super netter Typ. Ich mag den Jungen, ich mag, weil er gibt trotzdem immer alles auf dem Platz. Es geht hier nur um die Leistung. Wir diskutieren hier oder kritisieren die Leistung bitte, nicht falsch verstehen. Hier wird die Leistung kritisiert und nicht der Mensch. Ja, unser Mittelfeld hat sowieso geschlafen. Ich sage ja immer wieder, das Herz der Mannschaft ist auch das Mittelfeld. Wenn das Mittelfeld nicht läuft, nichts macht, hat unsere Defensive, unsere Abwehr viel, viel zu tun. Und wenn du im Spiel bist, das heißt, im Spiel musst du auch denjenigen vertrauen, der neben dir ist, zum Beispiel, verschieben. Wenn der Ball rüberkommt, verschiebt euch. Macht zu mit zwei Mann. Wenn der Ball wieder rüber geht, verschiebt. Das ist viel Laufweinheit, aber Vertrauen. Ja, Martin, pass auf, pass auf, pass auf. Ich glaube, Karel verzweite selbst zur Zeit, was er machen soll. Der Mann hat einen Kader, den er zu null zusammengebaut hat. Ja, okay, ist okay, null zusammengebaut hat. Aber da zeigt sich doch gerade, ey, wenn du ein guter Trainer bist oder du bist ein Trainer, dann musst du aus das, was du hast, das Beste raus machen. Aber wenn du die Flinte im Korn schon schmeißt, für was bist du Trainer geworden? So, jetzt mal eine Frage jetzt. Du bist jetzt Trainer, hast einen Trainer, hast eine Mannschaft, 15 Spieler hauen ab, kriegst 15 neue Spieler. Musst du wieder die Mannschaft zusammenbauen, gucken, wer spielt mit wem. Er hat jetzt genug Zeit. Da sind ja nicht jetzt Spieler, die viel neu dazugekommen sind. Nein, das ist nur der Soppi und der Chulinov. Und er ist seit Wochen, Monaten, er kann seit Wochen, Monaten auch andere Spieler von der U23 nehmen, die Bock haben zu laufen. Und er lässt immer das Gleiche, die gleichen spielen, die schlecht sind. Und wenn einer mir sagt, ich habe keine Alternative, dann frage ich mich, sorry, wenn du auf die Arbeit gehst und der Chef sagt, mach mal das, du hast jetzt nicht das, aber du musst das fertig kriegen, du musst das irgendwie zusammenbauen, dann findest du Lösungen. Dann baust du das irgendwie zusammen, scheißegal wie, aber du machst. Und so ist das. Du hast da Spieler, okay, es sind nicht meine Spieler, die ich für mich haben will, aber ich mache das Beste raus. Und da zeigt sich ein Trainer, der wirklich gut ist. Genau, der Zusammenhalt hier, der Zusammenhalt muss auch da sein, ja. Dann sorg dafür als Trainer und dein Trainer und Team, dass der Zusammenhalt da ist. Dann sorg dafür. Da bist du auch damit verantwortlich. Freundschaftsspiele, da sage ich nichts mehr dazu, weil Freundschaftsspiele sind ja dazu, da hast du ja auch gesehen, von den Spielern, die immer im Kader der Profimannschaft dabei waren, da war keiner besser. Da war keiner besser als die von der U23. Da kannst du die, da habe ich, wenn ein Fremder gesehen hätte, das Spiel, der hätte mich dann gefragt, wer waren jetzt die U23-Spieler? Der könnte das jetzt nicht unterscheiden und sagen, wer war jetzt die U23-Spieler? Abisto, die U23 reist doch nicht mal in der Regional-Nix. Was sollen die dann in der 2. Liga reisen? Wäre es besser, wenn wir mit der U23 spielen, absteigen? Ich weiß nicht, entweder ihr wollt, ihr habt nicht verstanden, was ich meine. Habe ich einmal gesagt, du sollst die ganze Mannschaft mit nach oben nehmen. Elf Spieler mit nach oben nehmen. Habe ich gesagt, wir sollen die U23-Mannschaft komplett nach oben nehmen. Ein, zwei Spieler kannst du doch hochziehen. Ein, zwei, drei Spieler sind gut. Die kannst du mit im Kader, hat er ja ganz halt. Den Kaparos, den Phantaslot und wer war denn noch? Kastelis, so, nimm den Amadi noch hoch, der Junge hat wirklich, der hat im 1 gegen 1 ist der Junge wirklich, der überrascht. So, nimm nur diese vier Spieler hoch und das heißt ja nicht, dass du die alle vier Spieler direkt rein haust. Nimm die im Kader, lass die schnuppern, lass die, werf die auch mal rein. So, du, wer hat hier gesagt von der U23 alle Spieler hochholen? Nein, aber diese vier Spieler, das ist deren Chance und ich garantiere dir zu 1000 Prozent und da lege ich sogar meine Hand ins Feuer. Die sind nicht schlechter als die Gurken, die paar Gurken, nicht alle, die gerade auf dem Platz sind. Sorry, da kann ich dir sagen, da würden manche Spieler, die bei uns in dem Profikader sind, in der U23 richtig Schwierigkeiten haben. Bin ich zu 100 Prozent, zu 1000 Prozent sicher. Nein, ich sage ja, jeder kann das auf seine Hand sehen, aber bitte konnten wir nicht sagen, mit der U23 steigen wir ab. Ich habe nie gesagt, dass wir komplett die U23 spielen lassen. Nein, du musst immer ein paar Spieler, was macht denn Hertha BSC Berlin? Habt ihr mal Hertha BSC Berlin gesehen? Viele Spieler spielen in der U23 und dann lässt er die in der Profikader spielen. Ey, komischerweise, komischerweise klappt das. Man könnte auch sagen, die taugen nichts, die sind U23 Spieler. Aber der Karre, der Paul Dardai sagt, für was haben wir eine U23 und A-Jugend? Das sind Talente, die müssen immer spielen. Die müssen immer spielen, richtig so. Aber der Trainer hat die Mannschaft nicht zusammengestellt. Nimm den Trainer da komplett raus, er hat keine Alternative. Ach so, der hat keine Alternative. 30-Mann-Kader, plus von der U23 kann er sich welche aussuchen, plus von der A-Jugend, wenn da wirklich ein super Talent ist. Komisch, dann rede doch mit die Trainer. Dann geh doch zu dem Norbert Elgert, wo er sich noch nicht einmal unterhalten hat. Und da finde ich schon traurig, dass ein Trainer von der Profimannschaft sich nicht mal mit dem Amateur-Trainer oder mit dem A-Jugend-Trainer sich unterhält und sich da mal Ratschläge holt. Ey, wen könnte ich nehmen? Ey, so und so. Sorry, der Trainer kann sich ein dickes Schuh anziehen. Er ist mit dafür, Faktenburg, wo wir stehen. Weil du lässt immer wieder die gleichen. Das Spiel in Berlin hat der Trainer verloren. Kein anderer, keiner hat den Trainer verloren. Weil jeder von Anfang an wusste, wenn der Matricciani rechts spielt und der Glaser in der Mitte spielt, wird das eine Katastrophe. Und was ist passiert? Mit Ansage. Mit Ansage. Sollen wir wieder eine Mannschaftsbesprechung machen? Deswegen, über den Trainer brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist verlorene Zeit. Ich will denn auch nicht mehr über den Trainer reden. Manchmal denkt man sich, ey, wir wollen den immer angreifen, möchte ich nicht. Lass mal. Wir hoffen, dass er, dass unser Karel wirklich das schafft, die Klasse zu halten. Da drücke ich trotzdem den Daumen. Ich drücke die Daumen, dass er das irgendwie schafft. Irgendwie schafft. Er ist ein netter Kerl, ein lieber Kerl, um Gottes Willen. Aber ich drücke die Daumen, dass er das schafft. Irgendwie. Vielleicht kriegt er einen Sinneswandel. Irgendwie. Was ich gelesen habe, er holt sich jetzt Hilfe, dass manchen Dastehenden von außen sich das mal angucken und ihm Ratschläge geben. Junge, ruf mich an. Ich gebe dir Ratschläge. Ruf von 60.000 Zuschauern. Kannst du 50.000 Zuschauern rufen. Die geben dir alle auch einen Ratschlag. Da brauchst du keinen. Du kannst auch den Abi anrufen. Ruf den Abi an. Der gibt dir auch einen Ratschlag. Klaus Fischer gibt dir auch einen Ratschlag. Olaf Thun, die geben dir alle Ratschläge. Da brauchst du keinen holen. Der Schalke nicht kennt und von außen sind. Weil, was sollen die dir erzählen? Weil die lieb mit dir sind, erzählen die ja, okay, den kannst du. Hol mal die Alten. Die erzählen dir direkt, was Sache ist. Ist echt eine schwierige Situation, wo ihr leider drinsteckt. Jetzt zusammenhalten und kämpft mit jetzt. Wir halten sowieso zusammen. Es werden wieder 60.000 im Stadion sein. In Berlin waren fast 20.000 im Stadion. Wir halten zusammen. Aber die Mannschaft hält irgendwie nicht zusammen. Das ist das Problem. So ist das. Sobald auf dem Spielfeld stehst, musst du das Beste geben wollen, was in dir steckt. Und das machen bei uns nur ganz wenige. Ja, ist leider so. Da hast du recht. Leider wird der Trainer deine Sendung nicht schauen. Er braucht nicht meine Sendung schauen. Nein, um Gottes Willen. Warum soll er meine Sendung schauen? Der braucht er auch nicht. Hier reden wir unter Fans. Was wir sehen... Wir versuchen dir auch zu helfen und zu gucken, was können wir machen, damit besser wird. Welcher Spieler... Hier wurde ja auch gerade gesagt, wenn du auf den Platz gehst, dann musst du immer 100% geben und dich nicht da einfach abschlagen hast. Und jetzt mal, wenn ich merke, wenn wir ein Tor kassieren, gehen die Köpfe nach unten und das ist vorbei. Da hat auch einer beschrieben, wenn wir einmal zurücklegen, ist es vorbei. Ist vorbei, ist so. Das Beste ist, wenn du in Führung gehst, das ist dann am besten. Ja, 60.000 im Stadion und das, obwohl die meisten eine Niederlage befürchten, ja. Ich sage, es wird schwierig, es wird schwierig. Und dann auf Ostersonntag. Oh, ey. Ich hoffe nicht, dass sie uns den Ostersonntag noch verderben, wenn die verlieren. Ich lasse mir den Ostersonntag nicht verderben, auch wenn wir verlieren. Ehrlich. Lassen sie mich nicht verderben. Jetzt sind wir mit der Familie zusammen. Lass ich mir nicht verderben. Sag ich jetzt. Und dann guckst du das Spiel, dann kriegst du wieder Wutanfälle. Ich komme, wir uns gerade vor, wie in der Steilwand. Der Gipfel oder Abstürzen, ja. Karlsruhe wird sowieso motiviert nach Gelsenkirch. Die sind in der Rückrunde, glaube ich, die zweitbeste Rückrundenmannschaft oder drittbeste Rückrundenmannschaft. Der Karamann ist der, ist der kein Stürmer, der ist eigentlich Flügelspieler oder Achter. Fehlt nur noch, dass sich Karlsruhe oder Moki die Woche im Training verletzt, dann war es, dass mit Klaas sagt, ey, bitte nicht so drüber reden. Ey, Stefan, bitte nicht drüber reden, über sowas. Nicht drüber reden. Bitte nicht drüber reden, weil dann kannst du wirklich, und du hast ja, da kommen ja noch Gegner auf uns zu. Wie spiel er jetzt? Gegen Karlsruhe. Dann fahren wir nach Hannover. Da kriegst du auch schon Kopfschmerzen. Dann hast du zu Hause, glaube ich, Nürnberg. Dann fährst du auswärts nach Ebersberg. Da kommt Düsseldorf. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Ich darf gar nicht dran denken. Ja, ohne die drei Punkte von St. Pauli wären wir jetzt 17. Ja, aber ich verstehe das nicht. Da ging es, da hat man gesehen, mit was für einer Leidenschaft die auf dem Platz gespielt haben. Mit was für einer Leidenschaft. Das verstehe ich ja nicht. Da haben sie die Leidenschaft gezeigt. Und in Berlin, warum die Leidenschaft zu Hause, auch gegen Paderborn? Warum nicht auswärts? Ist auswärts der Rasen größer? Ist auswärts, weiß ich, was soll man noch sagen? Der Rasen größer oder der Platz breiter? Sind die Tore anders? Weil die Fans sind auch auswärts da und die machen Stimmung. Da kann ich an den Fans liegen. Die Unterstützung ist auswärts auch da. Da ist manchmal wie ein Heimspiel. Kann ich nachvollziehen. Wieso sollten wir gegen den KSC was holen? Spätestens, wenn Latzer wiederkommt, bin ich nur noch am Bierstand. Kann ich verstehen. Ich habe vor Karlsruhe nicht Angst. Es geht von der Einstellung. Ich müsste doch jetzt brennen. Jetzt erst recht. 5-2 verloren. Ich habe wieder Versagen. Ich muss den Fans, die nach Berlin gefahren sind, muss ich wieder was gut geben. Rauswärts gibt es kein Kuchen für Ralle. Wir spielen manchmal mit einer Leidenschaft die Leidenschaft. Ja. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe da... Ich verstehe das. Die zwei Punkte, die wir gegen Paderborn verloren haben, werden uns noch schwer wehtun. Und die Punkte in Berlin, für mich in Berlin, Berlin war ja auch nicht gerade so überragend. Aber die wussten, wie sie gegen uns spielen, weil sie wussten, über welche Seite die kommen. Bumm. Hättest du einen genialen Plan gehabt, einen taktischen Plan, hättest du in Berlin nicht verloren. Bin ich zu 1000% sicher, hättest du einen taktischen, guten Plan, hättest du in Berlin nicht verloren. So, Leute. Ich sage mir erstmal nochmal vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr zahlreich dabei wart. Wir hoffen auf einen Dreier am Sonntag. Auf einen Dreier am Sonntag. Donnerstag kommt mein Vorbericht für das Spiel gegen den KSC. Donnerstag. Ich sage mal, Donnerstag kommt der Vorbericht. Ich gehe mal mit einem positiven Feedback, das heißt, stellst du die richtige Mannschaft auf, mit einer schlauen Taktik, guten Taktik, wirst du den KSC, nicht aus der Arena schießt, aber die drei Punkte werden hier bleiben. Aber lässt du bestimmte Spieler spielen, bräuchte das Spiel gar nicht gucken, dann weiß ich, was passiert. So. Ich sage mal jetzt erstmal so, ich wünsche euch allen schöne Osterfeier mit euren Familien. Vergesst nicht, warum wir Ostern feiern, nicht vergessen. Schöne Grüße an die Familie, an die Verwandten. Bleibt alle gesund und Friede mit euch. Ciao, ciao. Arrivederci. Euer Schalker. Wir rauf. Ach so, Entschuldigung. Danke, dass ihr alle zahlreich dabei wart. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns. Ne, nächste Woche Montag gibt es keinen Livestream, weil da Feiertag ist, Ostermontag. Da mache ich auch keinen Livestream. Ist Ostermontag, möchte ich auch keinen Bock drauf. Vielleicht kann es sein, dass ich dann den dafür den auf Dienstag mache, aber ich weiß es noch nicht. aber Ostermontag wird es keinen Livestream geben. Vielleicht machen wir den dann Dienstag um 21 Uhr. Aber wenn, dann sage ich nochmal Bescheid, dann müsst ihr mal auf Instagram gucken oder auf YouTube. Da werde ich da euch Bescheid geben. So, ich sage Buona Lotte, alle Videci, Glück auf, ciao, ciao, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.